Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu Craft the World! Super geil! Craft the World ist totaler Superhammer! So Leute, es gab ein neues Update. Man kann jetzt auch in einem Wüstenbiom spielen. Ja, ja, ja. Ich hatte schon überlegt, ob ich abbrechen sollte, aber da ja hier auch nicht groß die Kommentare kommen bei Craft the World. Außer von dem guten... Sag mal, warum ist denn das so dunkel? Hier gibt es denn sowas? Wo sind denn die alle, die Zwerge? Alle hier unten arbeiten? Warum habt ihr hier kein Portal? Müsstet ihr hier 300 Millionen Kilometer laufen? Das wollen wir aber nicht. So, hm, was wollten die jetzt? Was haben die Zwerge vor? Was haben die Zwerge vor? Was hatte ich vor? Ist ja schon wieder ewig her, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ja, weiterbauen könnte man hier. Das ganze Ding noch ein bisschen ausbauen. Wir können auch mal was Neues craften, wa? Oder ja, neue Waffen bauen. Oder sowas. Was haben wir hier alles? Eisen ohne Ende? Okay. Gibt es eine neue Waffe? Was gibt es denn hier Neues? Guck mal, die Dinger fand ich cool. Was kosten die? Ah. So, gut. Ähm, zwei Weihnachtsmannmützen können wir gar nicht gebrauchen. Wir werden jetzt... Irgendwas kräftnah. Wo ist das? Ich will gerade mal gucken. Ah, ja, ja. Hier gab es doch noch so einen Kompasszauber. Magischer Wald. Feuerball. Ich spüre Ims, um mir beim Sammeln zu helfen. Wofür ist er? Zeigt die Richtung des nächsten geheimen Raumes an. Okay. Feuerball. Magischer... Was kostet ein Feuerball? Aha. Magischer Sog. Der ist cool. Der Spruch sammelt näher liegende Rohstoffe ein. Das nehmen wir. Magischer Sog machen wir. Einmal grüner Diamant. Ein Mithril. Ne. Nein. Ich will einen magischen Sog machen. Magischer Sog. Okay. Dann gib mir jetzt ein Mithril. Ingott. Das ist aber Stahl, nicht Mithril. Silber Ingott. Ah, hier. Ein, eins. Och nö. Warum habe ich nur einen Mithril Ingott? Warte mal. Ich gucke mal gleich, ob ich noch mehr davon machen kann. So und einen grünen Diamanten. Oh, da habe ich ja auch nur noch einen von. Na ja, ist egal. Dann nehmen wir den. Klick. Klick. Äh. 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 Grüner, grüner. Ich habe zweimal grünen Diamanten. Äh. Äh. Was soll denn das? Scheiße, verbuggt. Mist, das Spiel ist verbuggt oder was? Eigentlich müsste das der sein. Und jetzt ist alles grün. Okay. Und jetzt müsste er es normalerweise craften. Aber macht er nicht, weil... Och, nö. Nicht, dass es mit dem Update zu tun hat. Da müssen wir wirklich noch mal von vorne anfangen. Und dann können wir auch gleich die Wüstenwelt spielen. Was macht ja irgendwie keinen Spaß, hier noch weiter zu spielen dann? Da bin ich jetzt aber stark am überlegen. Guck mal, wie tief... Kannst du noch tiefer hier? Guck mal, was ist denn das hier? Pass mal auf, warum habe ich überhaupt nur noch neun Zwerge? Macht mich doch nicht fertig. Warum habe ich nicht mehr Zwerge? Weil ich nicht mehr XP habe. Ach, nee, ey. Guck mal, können wir das bauen? Nö. Können wir ein Gold mit Dings machen? Guck mal, Gold haben wir doch. Dann machen wir hier mal so ein Golddinger. So. So, machen wir ein paar. Bam, 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 bam. So viel wie wir können. So. Was braucht er hier? Mitril ohne Ende. Was brauche ich denn hier für... Warte mal, was brauche ich denn für Mitril-Ingott? Mitril habe ich aber nicht. Oder? Ein Mitril. Leute, wir brauchen Mitril für unsere Rüstungen. Guck mal, hier waren die schon überall. Ist ja der Hammer. Oh, nein. Alter Schwede. Na dann kommt mal hier. Komm, wir machen mal hier weiter. Bitte hier eine Fackel rein. Na, gucken, ob die überhaupt Zeit haben. Ba, 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 ba. Na, wo bleiben sie? Äh, ich habe doch meine... Mein Befehl hier, klar und deutlich. Ach, ihr schlaft alle. Na ja, dann... Dann schlaft mal ruhig. Ich will euch ja nicht stören. Neun Zwerge nur, ey. So ein Mist. So ein Mist, dass wir nur neun Zwerge haben. Und dass wir da manche Sachen nicht craften können, macht mich auch richtig traurig. Mann, 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 Mann. Aber vielleicht... Warte mal, vielleicht irre ich mich, ja? Hm? Mitril-Ingott haben wir. Knochen, haben wir. Grüner Diamant, haben wir. Und jetzt können wir aber nicht craften. Warum nicht? So, was haben wir hier? Neue Möbel. Oh. Stoffsessel aus Plüch, okay. Hier habe ich immer noch nicht das gefunden. Ach hier, Goldrüstung. Wow. Wow. Und hier, was gibt es hier Neues? Stahltür. Heavy, Heavy Mörtel. Heavy Mörtel, Alter. Und Laterne. Oh. Sehr schön. Haben wir wieder einige neue... Oh, ho, 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 ho. Wer lässt sich denn herab, mir hier ein bisschen zu helfen? Wen erschlägt er da? Da ist doch gar keiner. Nicht zurückbringen. Ja. Weiter arbeiten. Oh, nö, äh. Gibt es denn sowas? Jetzt kommen sie. Aber langsam, 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 ja. Nicht zurück. Warum gehst du nur zurück? Da gibt es doch zu arbeiten, Mann. Oh, komm. Komm, da ist Gold. Los, runter, da ist Gold. Aber zacki. Zacki, meine lieben Freunde. Zacki, dacki. Und Diamanten auch noch, oder was? Los, komm, 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 komm. Wo sind die alle? Wo sind denn diese ganz blöden Zwerge alle? Guck mal hier. Oh, ho, ho, ho. Eine Gargulstatue. Wollen wir mal eine Gargulstatue bauen? Ja, ja. Guck mal hier. Ach so, hier gibt es noch eine. Ah. Ist ja geil. Komm, wir bauen mal hier so eine. Ist doch recht geil, oder? Eins, zwei, drei. Vergesse ich wahrscheinlich wieder, dass ich die gebaut habe. Dann, wenn es so weit ist, klingt. Guck mal, das geht doch einmal frei hier. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Wäre schade, wenn das nicht mehr funzt hier so richtig. Aber wisst ihr, was ich mir... Ah, jetzt kommt einer mit zwei Goldbahnen auf dem Rücken. Wo sind denn die anderen? Nein, ich denke, mit dem neuen Update, mit dem Wüsten-Update, habt ihr mehr Intelligenz bekommen, habe ich gelesen. Naja. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Guck mal hier, schön Gold. Ja, Gold, Gold will ich haben. Gold, 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 Gold. Gold. Haha. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Haben wir eigentlich noch ein paar Leitern? Nee, war, oder? Grrk. Grrk. Keine Leitern. Doch, 24, habe ich es doch gewusst. Hab ich es doch gewusst. Komm, du kriegst ein paar Leitern, Mann. Damit ihr dich nicht zu sehr verletzt, mein Freund. Gut, los. Hier sind auch schon so viele. Guck mal, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Wären wir schon wieder angegriffen? Von wem denn? Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Hier war ich am Ackern. Hier war ich am Ackern. Komm, ich spendiere dir auch noch ein Tor. Jetzt aber wieder rundher. Zu meinem Goldvorrat. Ist das tief. Ist das tief. Ist das tief. Los, Leute. Schneller arbeiten. Schneller. Hier ist auch noch eins. Schneller. 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 Bum, 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 bum. Eigentlich können wir die wieder weg machen. Wir können die erst mal lassen. Baut mir nur das Gold ab, das mir am wichtigsten. Oh, was gibt es denn da noch? Ein Kleiderschrank. Oh, wie schön. Gold ohne Ende. Na ja, können wir ja eine Goldrüstung bauen gleich, oder was? Sehr schön. Sag mal, wir könnten eigentlich auch mal die Geschwindigkeit erhöhen. Wie ging denn das nochmal? Ich habe es vergessen. Hier vielleicht? Nein, ich kann die Geschwindigkeit hier nicht verstellen. Ich will die Geschwindigkeit verstellen. Ach so. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Mann, macht mir doch mal Fackeln hier rein. Und ich wundere mich schon. Ohne Ende Gold, ey. Wow. Sehr cool. Vielleicht sollten wir jetzt hier noch runter gehen. Wir könnten ja noch 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Könnten wir noch runter. Ja, bitte alles mitnehmen. Bitte alles mitnehmen. Ja. Die müssen wir natürlich hier wieder für Nachschub sorgen. Dann kannst du den noch wegnehmen und den, damit wir dann eine Fackel einbauen können. Ja, hier füllen wir wieder nach ein bisschen. So. Ich glaube, ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Hm. So. Ups. Wie sieht es aus? Noch ein... Nein, hier, komm, hier ist ein Tor. Okay, nimm dieses Tor bitte. Nimm bitte dieses Tor. Und was haben wir da? Ein Sofa. Oh, 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 oh. Sehr schön. Vielleicht sollten wir mal wieder was craften, wa? Ich crafte gar nichts mehr. Guck mal. Äh, bitte sofort hier lang gehen. Und bitte hier. Nein, nein. Und bitte hier Fackeln einbauen. Ja, genau. Weitermachen. Ja. Ja. Ah, guck mal, was ist denn das hier? Oh Gott, das ist bestimmt ein Monster. Guck mal, wie das aussieht. Wie so eine eingefrorene... Wow. Altair. Wow, Diamanten. Ah. Jetzt wird es spannend. Da wir aber leider nur zwei fleißige Zwerge haben, weiß ich gar nicht, ob die die schaffen zu besiegen. Warum steht ihr denn da rum? Ey, erzählt mir doch nicht, ihr kommt hier nicht durch. Nee, nee, nee. Guck mal, er ist ja auch nicht der Stärkste. Warum haben die überhaupt alle keine anständige Rüstung? Oh, ich glaube, ich mache mir noch ein paar Gerüste. So. Wo sind die Gerüste? Ich brauche mehr Gerüste, Alter. Hier. Ja. Ah, Gerüste. Oh, Blattbretter haben wir nicht mehr viel, aber egal. Nehmen wir mal alle Gerüste, die wir kriegen können. So, sehr schön. Und am liebsten würde ich ja so ja noch... Komm, lass uns den doch einfach mal umbringen hier. Ja, da fährt der gleich runter. Und dann werden die wahrscheinlich aufgefressen von diesem Biest da. Bring um. Bring ihn um. Oh, 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 oh. Der ist kräftig. Schlagt ihn tot. Los, schlag den tot. Schneller. Bitte, 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 schlag den tot. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, dann müsst ihr hier auf jeden Fall runter. Klar. Guckt euch auch mal an, wie viele Diamanten da sind dahin. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Die werden wir hier abnehmen. Unglaublich. Diamanten ohne Ende. Ist das geil? Eine Steinbrücke. Eine Steinbrücke. Sehr geil. So, bitte töten. Töten. Ja. Töten, 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 töten. Töten, töten, töten. Töten, töten. Töten, töten. Ja. Sehr schön. Und den hier noch abbauen, bitte. Und die hier abbauen. Habt ihr schon mal so viele Diamanten auf jeden Haufen gesehen? Irre. Ja, alles hier abbauen. Alle Diamanten, bitte. Ich will die alle haben. Das auch noch. Damit. Man, da kann man ja richtig gierig werden. Und jetzt sind die aber auch wirklich fleißig. Ja, da gibt es ja nichts zu meckern. So, sehr schön. Hier alles mitnehmen, bitte. Guck mal, was ist denn hier? Müssen wir auch mitnehmen. Vielleicht ist jetzt ja auch Methril fällt mir gerade ein. Es sind gar keine Diamanten. Das ist Methril. Wollen wir wetten? Ja, Methril. Cool. Komm, lass uns mal ein paar Methril-Ingots machen. Ja, Methril. Da können wir uns ja die fette Methril-Rüstung machen. Sehr geil. Oh, ich sehe schon wieder. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal im Land der Zwerge. Tschüss. 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 Tschüss.